Kalifornien will ab dem Jahr 2035 den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotoren verbieten. Gouverneur Gavin Newsom hat am Mittwoch eine entsprechende Verordnung erlassen. Demnach sollen in 15 Jahren im bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat nur noch Pkw und kleinere Lastfahrzeuge verkauft werden dürfen, die emissionsfrei sind. Alle neuen mittelgroßen und großen Lkw sollen demnach ab 2045 keine Benzin- oder Dieselmotoren mehr haben. Newsom hat die geplanten Vorschriften als wesentliche Maßnahme gegen den Klimawandel beschrieben. Autos sollten nicht Gletscher abschmelzen und Meeresspiegel ansteigen lassen und damit die kalifornischen Strände und Küsten bedrohen. Auch stellt der Gouverneur einen Zusammenhang mit den gigantischen Busch- und Waldbränden her, die seit Wochen in dem Westküstenstaat wüten und meint, dass Autos Waldbrände nicht schlimmer machen sollen. Nach Angaben von Wissenschaftlern ist für die seit Jahren in ihren Dimensionen immer weiter zunehmenden Wald- und Buschbrände im Westen der USA die Erwärmung des Erdklimas mitverantwortlich. US-Präsident Donald Trump hat hingegen in der vergangenen Woche bei einem Besuch der Brandgebiete in Kalifornien den Klimawandel erneut infrage gestellt. US-Präsidenti